Microsoft Windows 10 Auf der IFA kündigte Microsoft an, das Fall Creators Update für Windows 10 soll am 17. Oktober erscheinen und viele Neuerungen für Windows 10 mitbringen. Gleichzeitig erscheinen neue Produkte und VR-Brillen von vielen Herstellern. Bereits mehrmals berichteten wir über die Änderungen, die das vierte große Update für Windows 10 mitbringen soll, das unter dem Namen Fall Creators Update, kurz FQ, Mitte Oktober erscheint. Zu IFA hat Microsoft viele neue Details bekannt gegeben. Im Fokus standen auch die VR-Brillen, die nach Microsoft-Vorgabe von Firmen wie Acer, Dell oder Lenovo produziert werden. Überblick neue Details von Windows 10, FQ Der von Microsoft verwendete Begriff Windows Mixed Reality ist etwas irreführend. Üblicherweise unterscheidet man Virtual Reality Brillen und Mixed Reality Brillen. Erstere zeigen dem Nutzer ein vollständig über den Computer erzeugtes Bild, während letztere virtuelle Objekte in ein, durch Kameras erfasstes Bild der tatsächlichen Umgebung einblenden. Trotz des Namens handelt es sich bei den vorgestellten Brillenteils um normale VR-Brillen, die keine Umgebung einblenden können. Trotz des Namens handelt es sich bei den Trotz des Namens handelt es sich bei den